Pfalzdorf ist eine absolute Meisterleistung. Das hat damit zu tun, dass es dem Leben abgelauscht ist. Es hat ein bisschen Loriot-Charakter mit unendlichem Können, mit Können vor allen Dingen in der Instrumentation, mit einer wahnsinnigen Flexibilität, was den Umgang mit Harmonik betrifft. Die Konventionen sind in der Oper eigentlich alle weg, die er mal hatte. Früher war ja so, dass Rezitativ und Arie sich immer abwechseln und man einen Übergang geschaffen hat und dann in der Arie eine Stimmung darstellt. Und das bleibt dann einfach für drei, vier, fünf Minuten so. Und das fällt da vollkommen weg. Also wenn mal eine Stimmung auftaucht, ist die für eine halbe Minute da. Und zack ist wieder alles anders. Auch fürs Orchester ist es ganz trickreich, weil die Tempi eigentlich alle naselang wechseln und man von einer Gemütslage in die andere verfällt und eben ruckzuck ein komplett anderes Pulsmuster vorfindet. Auch ist es auch für das Orchester insofern schwer, als dass man das ganz schlecht in eine Art Auswendigkeit bekommen kann. Weil Pfalzdach ist nicht alles Anarchie, sogar eigentlich im Gegenteil. Es ist total aus Lebenserfahrung geformte Dramaturgie. Und was auch gar nicht Anarchie ist, ist die Fuge am Ende. Verdi hatte einfach Spaß daran, diese Fuge zu schreiben. Ob ich mich auf etwas Spezielles freue? Nee. Nee, nee, nee. Das Spezielle ist Pfalzdach. Also das ganze Ding ist einfach wie aus einem Guss. So abwechslungsreich und so nie langweilig. Es ist eigentlich wie so ein Suchbild, wo man jeden Tag was Neues auch noch entdecken kann, obwohl man das schon seit Jahren kennt.